Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Untertitelung. BR 2018 Willkommen im Eulenkloster in den späten 90er Jahren. Erbaut, wie ich finde und viele andere unserer Stammgäste ist das wirklich einer der ruhigsten, schönsten Orte hier im Zoo, abseits des Trubels. So mancher kennt es vielleicht auch nicht, der hier durchhetzt. Wer den Zoo genau kennt, weiß, hier kann man schöne Tierbeobachtungen machen in aller Ruhe. Zum Beispiel Schwarzstörche, die hier vorne ihr Nest gebaut haben, die erfolgreich auch Jungtiere großziehen. Im Frühjahr haben sie gelegt und die sind auch geschlüpft. Und Schwarzstörche sind ähnlich wie die weißen Kollegen heimisch in Europa, waren lange Zeit bedroht. Die Bestände haben sich Gott sei Dank erholt. Diese Tiere sind sehr viel scheuer, leben abseits von Menschen. Deswegen kennt man die gar nicht so gut wie die weißen Pendants. Aber es sind tolle Tiere. Und das lohnt sich auf jeden Fall hier im Eulenkloster im Kölner Zoo mal reinzuschauen. Wir haben hier verschiedene Vogelarten. Wir haben nicht nur Schwarzstörche, sondern auch Waldrappen. Diese hochbedrohten Tiere stehen ja besonders hoch im Kurs von den Zooartenschutzanstrengungen. Wir hier im Kölner Zoo haben große ornithologische Expertise durch unseren Zoodirektor Theo Pagel zum Beispiel und unseren Vogelkurator, den Bernd Makordes. Und beide sind da auch sehr engagiert. Theo Pagel ist zum Beispiel schon mal mit jungen Waldrappen in Burghausen an der österreichischen Grenze in die Luft gegangen. Und die jungen Waldrappen haben hinter diesem kleinen Helikopter, dann sind sie hergeflogen und haben gelernt, dann ihren Bezugspersonen zu folgen. Haben dadurch das Fliegen gelernt, obwohl ihre Eltern nicht mehr da waren. Und das ist natürlich eine wunderbare Sache, wo man wirklich gelebten Artenschutz und die ganz hohe Schule, nämlich das Auswildern, alles einmal durchdekliniert von der Aufzucht bis zum Auswildern in Zoos dann eben auch erleben kann. Und das macht uns total glücklich, wenn sowas gelingt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020